Hammer alles, hammer alles, sehr schön. Mikros ausgewählt? Mikros ausgewählt. Passt, wackelt und hat Luft alles. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe Nachrichten, wow. Und Quests. Und da war noch eine. Ne, das ist eine Helden 2 Mission. Hä? Wo ist denn das? Wo ist denn das da? Das da. Die Zukunft schmieden. Oh Leute, das habe ich schon ausgewählt. Okay. Ne, da gehen wir nicht hin. Was muss man jetzt machen? Schließe die Wasserpiraten für Dester ab. Schließe die Wasserpiraten für Dester ab. Ähm. Habe ich das schon? Muss ich nur mit dem Quatschen oder wie? Tut mir leid. Hab kein Wasser da. Hä? Äh, 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 blablabla, blablabla. Alles klar, ich habe alles verstanden. Aber, wo? Aber, wo? Stopp mal. Ich glaube, ich hätte die nie annehmen dürfen und dann irgendwie so. Wir machen das mal so. Jetzt müsste die ja wieder verfügbar sein. Tut mir leid. Ne, scheiße. Hab kein Wasser da. Ah, okay, dann nicht. Ja, da hätten wir ja eigentlich alles soweit. Die kann ich ja jetzt nicht nochmal machen. Ich würde gerne halt versuchen, hier unten noch aufzudecken. Das wäre hier das Stück. Und das wärs dann. Ich glaub, da musste ich aber wirklich von dort nach da fahren. Wir gucken mal. Wir lunzen mal, wir lunzen mal. Äh, erst mal hier hoch. Und Ratten können mich jetzt machen. Üh, der leuchtet rot. Na, muss nicht unbedingt sein. Ah, der leuchtet auch. Raising Revenge. Na, dann kontrolliert mal weiter. Warte mal, hier gibt's noch eine Autofahrfunktion. Haha. Und hallo an YouTube im Übrigen, ne? Äh, da oben wartet Holocron. Das haben wir ja schon. Äh, wir haben hallo, dart wo, nicht holocron, dartacron. Sonst. Vorsicht, wieder werde ich aufregen. Äh, haben wir ja schon. Das heißt, wir fahren jetzt gleich durch das Sandleutengebiet. Aber ganz ehrlich, da kann man noch ein bisschen kämpfen. Da kann man noch ein bisschen leveln. Ja, ja. Da kann man noch ein bisschen leveln. Äh, hallo. So. Den Loot brauchen wir ja nicht unbedingt. Ah, hier weiß ich noch einfache Schläge aus. Das fällst. Äh. Ja. So, aber das will ich haben. Ist wieder irgendein Geschenk. Sag ich ja. Gelb ist irgendwie immer ein Geschenk. Äh. Äh. Ja, bis nach oben geht es weiter. Ich bin ja auch der oberböse Jedi-Meister. Äh. Eih. Ja, bitte ey. So, renne ich noch richtig? Ich renne noch richtig. So, vier noch. Ah, jetzt habe ich das Grillen, was verstanden ist, scheiße. So, das geht noch weiter. Da kommen noch mehr. Oh, Jahre hin, der wird da hinten aus. So. Alter, was muss ich jetzt schießen? Ja. Na komm, feil um. So. Ah, hier lang. Jetzt muss ich gerade selber mal lunchen. Ich muss dann in diese Richtung, also eigentlich dort lang. So. 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 Na komm. Äh, und jetzt nach da oben. Das kriege ich mal hin. Ja, natürlich schießt ich mich wieder ab. Das müsste jetzt theoretisch dort da hinten irgendwo sein. Oben lang kann ich nicht. Oder doch? Ich will das aufgedeckt haben. Das triggert mich so hart. Aber lass mich in Ruhe. Ach, lass mich doch. Wenn ich jetzt da lang fahre, da fahre ich ja wieder unten lang. Und hier unten komme ich schon nicht lang. Wenn ich da bin. Dort ist er dort. Was ist denn, wenn ich hier reinfahre? Da unten geht's noch lang tatsächlich. Komm ich da? Vielleicht komme ich da. Aua. Schon tot. Alles sieht mir ganz danach aus. Ach, was. Ach, was für ein neuer Haustier. Ach, was für ein neuer Haustier. Ähm, hier geht es auch nicht weiter. Boah, ich will das Ding da unten aufgedeckt haben. Wie komme ich da hin? Ich müsste rein theoretisch da hoch. Aber wie? Ja, das ist da oben. Oder eben hinter diesem... Steinklotz. Ach, nicht P. Ja. Ach du Heimatlandste. Was ist denn hier an der Seite damit? Mach das mal weg. Äh, 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 äh. Verbessert? Ah, das sieht schon mal besser aus. Standard. Wenn ich das nochmal erweitere, habe ich nur an der Seite. Wenn ich das normale erweitert nehme, das sieht scheiße aus. Da würde ich eher hier bleiben. Auf dem hier. Aber was muss ich dann hier unten für Tasten drücken? Das ist jetzt die Frage, denn ich habe mir viele Tasten belegt. Äh, äh, der wird mich wieder sehen. War mir klar. Komm. Wie komme ich jetzt da hoch, um das Stück freizuschalten? Oder muss ich dort? Aber das ist doch... Dann wieder rot, das ist doch nicht für mich. Weil das ist doch das Einzige, was ich sehe, was noch unaufgedeckt ist. Da ist noch ein... Das sieht man auch, dass das unaufgedeckt ist. Hier weiß ich es nicht. Boah, das triggert mich so hart, wenn das nicht aufgedeckt ist. Wenn ich jetzt da lang laufe, komme ich da und dann da. Okay. Nein, ihr seht mich nicht. Durchgemogelt. Nein, ihr seht mich auch nicht. Und ihr schießt mich nicht ab. Nein, nein, aus. Pfui. Noch ein Stück weiter. Okay. Was wäre ja dann hier drin? Da? Und da, genau. Okay. Ja, natürlich. So, wenn ich jetzt hier rein renne, müsste das Stück natürlich aufgedeckt werden. Oh, Lootkiste. Was wäre hier? Na ja, komm. Kira, kümmere dich. Ich will Loot. Ja, gut. Oh, Kira, jetzt kann ich dir helfen. Ach komm, hör doch. aber der deckt mir das stück hier unten auch nicht auf warum ich will das aufgedeckt haben macht er nicht okay wir können dort hin zurück nicht gut nicht gut nicht gut ich will doch einfach nur die map aufgedeckt haben was ist daran so falsch so da lang da vorne sind sie ja schon wieder ok dann hier am rand erstmal lang daddeln das muss das muss ach nö da kommen ja diese dicken klopsis nein nein aus pfui nein pfui aus warte auf nein ah mommy ah automatsch ist fahren los tut mir nicht tut mir nicht nein aus aus pfui pfui so das wäre jetzt hä nee der weg muss noch ein stück weiter da wäre jetzt warum geht das hier rein hm wow war ich hier schon mal drinnen wir haben nichts anderes als die bestmögliche qualität verdient wir haben nichts anderes als die bestmögliche qualität verdient das kann doch jetzt nicht wahr sein und hier hätte man hinfahren können ernsthaft ok aber von wo da hinten ist wieder wow maus 1a da hinten ist wieder ein tunnel ich glaube das ist rot genauso wie der ich glaube nachschadar ach nicht nachschadar hier Tatooine werde ich nie komplett aufdecken können das ist total creepy das stört mich so was von wo geht es denn da hin ja bringt oh nichts bringt doch alles nix das ist auch ein großes kleid das ist auch rot da komme ich also auch nicht weiter warum ist das hier eigentlich so versteckt was hat das für Sinn und Zweck ja fahre ich wieder zum Ausgang aber was fehlt mir dann jetzt noch bestimmt das Stück hier das und das das wäre dann hier aber wie komme ich denn da hin oder da hin oder da hin oh öh ok irgendwie muss das ja klappen und ich muss sowieso mal zu einem Postfach das haben wir hier irgendwo ja nein äh äh Lord Braven blauer lebensgefährlicher Kristall mit diesem Farbkristall kannst du die Farbe deiner Waffe ändern wow ich habe schon ein kack blaues ich will eine andere Farbe ja was will ich mit so einem Geschenk ey ach komm ne ach komm ne so auch ein Geschenk das nicht das kann man noch auspacken und die ganzen Rüstungsteile die ab 60 aufwärts sind wow wow das heißt normalerweise hier oben so da komme ich aber nicht hoch ok 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 ähm da kann ich aber lang denn da hinten ist eine gestrichelte Linie die nirgendwo hinweist so sind wir schon da? nö noch net und diese Helden 2 Mission vergissz die nehme ich schnell an so hier und dann hier irgendwo So schnell stirbt niemand. Doch, die Gegnatur. Nein, du kämpfst erst gegen den Namen. So. Ähm, Altua, was hast du denn gebracht? Ah, ok, jetzt weiß ich warum ich da nicht weiterkomme. Hier, es ist rot. Denkst du mir das wenigstens auf? Natürlich nicht! Warum auch? Nö! Wir wollen ja den Ike ärgern. Wir wollen ja nur den Ike ärgern. Was könnte ich denn noch aufdecken hier? Das war's eigentlich. Huch. Du hast irgendwer in der Land gefahren. Hm. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ne, ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, bub, 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 bub. Ne. Ich würde sagen, das war's dann. Können wir noch ein bisschen kämpfen. Und dann werden wir mal zur republikanischen Flotte düsen. Oh, ne. Will ich überhaupt kämpfen, um ehrlich zu sein? Ne. Um ehrlich zu sein? Nö. Aber das kann ich noch nicht einsetzen. Hm. Scheiße. Ähm. Wo ist denn der nächste, äh, das ist doch der nächste Raumgedöns dort. So. Oh. Mal wieder ein Geschenk. Ich, ähm. Äh. Warum sammle ich das nochmal ein alles? Das ist doch mittlerweile schon... Oh. Was retten wir noch? Komm. Hm. So. So. Steck mal dein Lichtschwert ein hier, komm, ne, nicht setzen, Lichtschwert einstecken. So ein Dreieck plus bisschen gibt es ja hier auch nicht mehr. Gut. Hier, bei dir kann ich aber ein bisschen was verticken, komm mal her. Seht euch die Ware an, womit kann ich die? Das ist ein Geschenk, das ist ein Geschenk. So, hab mich sehr gefreut. Und jetzt gucken wir mal, Kira, das kann man dir schenken. Das nicht. Das ist alles nur kleiner Einfluss. Why? Jetzt will ich mal ein Ei haben, Kira. Mal ganz kurz hier. Das sind alles noch Geschenke. Boah, ich muss echt mal ein bisschen was verkaufen. Oder wegschmeißen. Hydroider. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich will da hin. Können wir mal gucken. Äh, was war das? Ich glaub das kenn ich schon. Fährten der jetzt so lang? Weil zwischen diesen Pinöbeln ist auch noch alles unaufgedeckt. Okay, da lang. Kommen wir durchs Kanori Lager. Hä? Da kann ich aber nicht lang. Da sterbe ich ja. Was ist denn das für ne Logik? Alter, was? Was ist das explodiert? Und ich war mal nicht dran schuld. Alter. 61, 61. Why? Bitte. Hört auf. Aber, ja, äh. Komm mal zu mir. Vielleicht hab ich Geschenke. Pass mal auf. Du willst doch so ne Kiste haben bestimmt. Nö. Aber ne Murmel. Das da. Ja. Willst du auch das haben? Nein. Das auch nicht. Oh ja. Komm die Tafeln gibt man dir noch. Essen willst du ja bestimmt nicht. Das willst du auch nicht. Den Stachel willst du nicht. Und das willst du auch nicht. Na dann. Ähm. Kann ich dich wieder verabschieden? Ne, noch nicht ganz. Obwohl, doch... Ich kann das nicht wieder hier. Da hin schicken. Bübidubübübbüb. Und. Gefährtenrufe. Schön wieder da zu sein. Wo ist mein Roadrunner? Da ist er. Roadrunner. Macht der so? Doch, der macht doch Miep Miep. Ja, doch. Oh, der macht Miep Miep. Jetzt wirst du dich überlegen. Das ist schon so lange her, dass ich das geguckt habe. Das ist alles noch meine Jugend. Okay, jetzt können wir doch mal gucken. Äh, mal ganz kurz so und so und so. Äh, erfordert Stufe 50. Ich bin ziemlich verarscht. Ich bin 49. Ich kaufe das trotzdem schon mal. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Oh, das habe ich jetzt das letzte gekauft. Raketen fünften Grades. Fünften Grades. Fünften Grades. Das haben wir, äh, das haben wir. Das haben wir, äh, das haben wir. Das haben wir, das haben wir. Sehr nice. Ähhm. Das hebt mal auf. Genau, dann reparieren wir mal bitte alles. Ne, das war nicht dieser Bum-Bum-Knallkopf. Requisitionsoffizier, okay. Ey, Bess, mit dir habe ich schon interagiert. Nö. Nö, nö, nö. Meine Maus ist creepy. Die will nicht, dass ich spiele. Äh, andere Seite. Guck, ich muss noch von Taris diese Dingsmission abschließen. Dass ich Taris komplett beendet habe. Aber irgendwie konnte ich das da nicht anklicken, wo Darko das anklicken konnte. Das ist ganz seltsam. Das hätte ich halt auch gerne noch. So, dann überspringen wir wieder mal. Das braucht man nicht sehen. Genau. Weg damit. Da, da, da will einer mit mir reden. Das da, was ist denn das? Kristallkugel. Epilog zu Kapitel 3. Die Illumfront. Reise zur Republikanischen... Die Illum errichtet, wo es im Pärum einer sehr... Annehmen. Einfach annehmen. General, Doktor, gute Nachrichten. Meisterin Kiewiks und die Seismologin Harren sind in Sicherheit. Und was noch besser ist, die Schocktrommel wurde zerstört. Zerstört? Verdammt. Ich wollte den Prototyp doch untersuchen. So ein vielversprechendes Modell. Das Ding hat nichts versprochen, außer Planeten zu vernichten. Ich bin nur froh, dass es weg ist. Ich habe gerade eine überraschende Meldung von einem meiner Kreuze erhalten. Ein reinblütiger Sith-Lord namens Pavel hat sich freiwillig ergeben. Er hat euren Namen erwähnt. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Er war ein Schüler von Darth Angral, aber jetzt läuft er zu uns über. Ich habe versprochen, dass wir ihm nichts tun werden. Ihr findet immer neue Wege, mich zu beeindrucken. Ich sage meinen Leuten, sie sollen den Sith, dem Hohen Rat der Jedi, übergeben. Da werden sie schon wissen, was zu tun ist. Jetzt wollen wir hoffen, dass eure Mission auf Alderaan genauso viel Erfolg hat. Nö, da fliege ich noch nicht hin. Da fliege ich... Ach komm! Hat noch keine Modifikationssachen. Aber wenn ich mir den Wert schon angucke, das ist ja Billow. Und die haben keine Farbkristalle drin. Das ist scheiße. Wird verkauft. Möchte jemand mit mir reden? Ich möchte niemand mit mir reden. Dann bin ich natürlich auch glücklich darüber. Oder, Kira? Genau. Wo ist das? Ich, du, Hamilton. Okay. Okay. Und das? Das ist doch eher was für mich. Wir machen erstmal vier Stück. Ich will ja heute auch noch ein bisschen was anderes machen. Was? Dann machen wir nach langer Zeit mal wieder ein paar Raumschlachten hier. Und dann gucken, wie ich abschneide. Ich habe vorstelle, dass ich bei jeder Raumschlacht mindestens einmal sterbe. Aber, hey! Schönes PNG-Bild. Ist das überhaupt eins? Oder ist das ein GIF? Naja, wer weiß. Und griff. Ziel in Sicht. Was für eine Show! Ha! Ihr Lobobs. Das Schiff ist so gut wie zerstört. Auf die Schildgeneratoren schießen! Das stimmt. Ja, warte mal. Da war ja was. Äh, wo war das? Ah! Oh, ich habe gar nicht zum Überblick, was ich hier genau machen muss. Oh! Ich habe aber gemacht. So, ich habe gar nicht zum Überblick, was ich hierirtebox. Oh, meinst du mit zum Überblick! Was? Oh, ich habe gar nicht zum Überblick, was ich hierir Naahe verhました. Ich habe gar nicht zum Überblick, was ich dann sowwartenなので. Wie muzen kann auf einmal zu schättern ein paar Jynschleülern. Seht dann das zoraar, war aber auf mich 4 und sch neol generated. Es gibt es ohne… Ah! Welche, ich bin trucke jetzt zum Überblick... Gut gemacht! Äh, blubblubblubblubblub. Genau. Macht Platz für die Jedi. Aber alles. Nicht mal so einen Raum mega zerstört. Nice. Leute, wir haben alles erledigt. Kommt das. Ja, schnell. Hui. Das ging ja mal schnell. Endlich Raum zum Atmen. Da. Da. Das ging ja mal schnell. Ist das Ding dann da oben jetzt endlich mal kaputt, was ich die ganze Zeit nochmal anvisiere? Das ist immer noch nicht kaputt. Jetzt reicht es aber. Aber jetzt. Oh. Da wird ja auch mal Zeit. Moin Moin Pico. Boah. Ähm. Boah. Schöne Erfahrungspunkte. Ähm. Raumschlacht geht ab. Ähm. Ähm. Nix. Ich nehm jetzt. Ich streame jetzt 3 Stunden Star Wars und dann komm ich wieder auf den Minecraft Server. So. Ähm. Hier. Ähm. Schicksal auf. Schicksal aufklären. Mach das mal. Auf zur nächsten. Level 47 und tschüss. 48. 41. Jetzt mich verarschen. Die sind ja alle so krank. Äh. Piu 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 Piu. Genau. Ich muss dann auch mindestens 2 Level heute in den 3 Stunden Stream von Star Wars machen. Damit ich überhaupt an Darko ankomme. Äh. Äh. Habt euch alle überholt. Was bei Minecraft? Was für eine Schau! Was für eine Schau! Rühkicker! Alter, hör doch mal auf mich abzuschießen! Ah! Rosa! Fähigkeitsdämpfer versagen! Alter! Das schau mich doch NEVER! Das ist das Hauptschiff! Schieß das ab! Da! Ja! Ja, schieß das ab, sagste! Was ist das ab? Ne, da war's kaputt! Äh, hast du noch andere Waffen als Piu Piu? Äh, Raketen und die normalen Phaser-Geschosse! Die Raketen! Aber die Raketen nutze ich nur für, ja, spezielle Sachen wie Schild-Generatoren oder aber wenn so eine feindlichen Flieger kommen, die mehr aushalten! Schild-Generatoren sich noch zerstören! Woah! Schild-Generatoren! 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 Ja, super, Schuss! Äh, ich muss noch eh in so'n Mark 7-Ampfangjäger. Och, ja klar, komm! Funktioniert das auch wirklich? Was für eine Show! Alter, ich bin fast down! Ja, okay, das mit den Schildgeneratorn hat nicht ganz geklappt. Schade. Ei, ei, ei! Äh, 48? 47? 48? Ähm, 50 Dingsbombs. Bomber muss ich zerstören, okay. Verteidig die Station! Da kommen sie doch schon! Da kommen sie doch schon! Das ist nur der Rückzug! Hah! Ah! Ah! Das ging schnell! Bis zum 11! Das ging. Bis zum 11! itchy. Bis zum 11! Ja! Das tut mir gerade ein bisschen zu viel. Ich... Wow! Äh... Nö! Boah, nee! Ach komm! Ernsthaft jetzt? Oh nö! Das sind ja eh nur noch zu viel. Machen wir hier vielleicht noch etwas Leichtes? Äh... Irgendwo hier so? Level 20, ne? Das ist ein bisschen zu leicht. Level 16 ist auch zu leicht. Level 12 sowieso. Level 43... Nö! 24... 38... 28... 32... Ne komm, wir machen das 38er hier. Und dann habe ich Level 50 wenigstens noch drin, ne? So... Was ist das? Ist das schon wieder hier? Na ja... Verteil dich die Station! Na, zeigt euch von wo kommt ihr. Ja... Irgendwo von dort müsstet ihr gleich kommen. Da! Und... Nachboden! Gut gemacht! Genau so! Genau so! Äh... Da kommt sie! Da kommt sie! Ja! 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 Die sind vernichtet! Aber das war was von uns, okay. Alle kaputt! Ah, der kaputt! Äh, noch 23 Bomben und ein paar Raumjäger. Okay, noch 20 Raumjäger. Oder Bomber. Ja, ich seh's. Und die schießt mich die ganze Zeit an Kira. Elbe noch. Äh, was? Schildgenerator. Das war natürlich auch noch zu stürmen. Ha! Ein Böser Weniger! Okay, das mit Schildgenerator hat schon mal super geklappt. Okay, jetzt nur noch 12 von den Dinger. Oder auch nicht. Ne, zwei Bomber noch. Die Macht ist mit uns. Nice. Alles erledigt. Nö. Nö. Wo? Nö. Wo? Was für eine Show! Nö. Also, ich seh keine Bomber. Kira, ich glaub du brauchst ne Brille. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Nö. So ein Sternzerstörer gegen so ein kleines Popel-Raumschiff. Boah. Kann ich mir mal machen. Haha. Äh. Du, 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 du. So. Räumstall Level 50 erreicht. Gut. Dann. Auf zur republikanischen Flotte. Und solange ich da hinfliege, mach ich eine kurze 5 Minuten Pause und bis gleich.